Servus, guten Tag und hallo, ich begrüße Sie zur nächsten E-Lecture im Rahmen der Reihe Beratung und Kooperation in der Schule. Es geht heute um die Ziele und Funktionen der Beratung in der Schule. Das ist der Insel, das habe ich mit Ihnen in dieser E-Lecture heute vor. Ausgehend von zwei wesentlichen Definitionen schauen wir uns die grundlegenden Prinzipien der Beratung im Allgemeinen an. Wir blicken dann auf die Struktur und die Aufgaben der Beratung im Allgemeinen und auf Ziele und Funktionen und widmen uns dann einem genaueren Blick der Beratung in der Schule. Hier auch ein kurzer Blick auf die Beratung für Schülerinnen und Schüler und arbeiten ganz am Ende die wesentlichen Merkmale der Beratung im Kontext Schule heraus. Es gibt, wie wir schon in der E-Lecture zu Definitionen und Begriffen kennengelernt haben, erfahren haben, einige unterschiedliche Definitionen. Ich nenne hier noch einmal eine etwas ältere psychologische Definition von Dietrich von 83, die die Ziele, Funktionen und die Aufgaben von Beratung in der Schule ganz gut zusammenfasst. In diesem Zitat von Dietrich heißt es dort, ich zitiere, Beratung ist in ihrem Kern jene Form der intervenierenden und präventiven, helfenden Beziehung, in der ein Berater oder eine Beraterin mittels sprachlicher Kommunikation und auf der Grundlage anregender und unterstützender Methoden innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraumes versucht, bei einem desorientierten, inadäquat belasteten oder entlasteten Klienten einen auf kognitiv-emotionale Einsicht fundierten aktiven Lernprozess in Gang zu bringen, in dessen Verlauf seine Selbsthilfebereitschaft, seine Selbststeuerungsfähigkeit und seine Handlungskompetenz verbessert werden können. In dieser psychologischen Definition haben wir es zum einen mit einem sozialen Aspekt der Beratung zu tun, nämlich sie findet in einer Beziehung, in einer Arbeitsbeziehung statt. Und mit Blick auf die Funktion können wir festhalten, es geht zum einen um Intervention, also um das Eingreifen bei schon bestehenden Problemsituationen und es geht um Prävention, das heißt um das Vermeiden von Problemen, aber einer absehbaren Problemlage, die dann anders ist, eben dieser Beratung mit dem Ziel der Prävention, also dass es nicht schlimmer wird. Und die ratsuchende Person soll in einem emotionalen und kognitiven Entwicklungs- und Lernprozess begleitet und unterstützt werden. Sie soll lernen, eine Situation zu bewältigen, aber auch zu verstehen und dann auch im weiteren Schritt selbstständig zu ändern. Diese grundlegende Funktion und Aufgabe hat sich eigentlich seit 1983 nicht im Wesentlichen geändert und findet sich auch in neueren, pädagogisch- psychologischen Definition zu Beratungen wieder. Hier eine Definition von Schwarzer und Posse. Ich zitiere, Beratung ist eine freiwillige, kurzfristige soziale Interaktion zwischen mindestens zwei Personen. Das Ziel der Beratung besteht darin, in einem gemeinsam verantworteten Beratungsprozess die Entscheidungs- und damit auch die Handlungssicherheit zur Bewältigung eines aktuellen Problems zu erhöhen. Dies geschieht in der Regel durch die Vermittlung von neuen Informationen und oder durch die Analyse, Neustrukturierung und Neubewertung vorhandener Informationen. Auch hier ein wesentliches Merkmal. Die Beratung hier, auch in der pädagogisch-psychologischen Definition, ist zeitlich begrenzt. Und daraus resultiert, dass sie eigentlich auch immer lösungs- und zielorientiert sein muss, also sich nicht verlieren darf im Lamentieren und Bedauern der aktuellen Problemsituation. Zweitens, sie soll mit Informationen versorgen, die bei einer ratsuchenden Person entweder a. nicht vorhanden ist, also gelernt werden muss und eben nicht gelernt wurde oder nicht verstanden wurde oder vielleicht auch vergessen wurde. Und die Information ist nicht da, weil vielleicht sie auch nicht erkannt wurde oder wahrgenommen wurde, z.B. durch sogenannte Betriebsblindheit, Befangenheit oder auch persönliche Betroffenheit oder emotionale Überlastung. Ein weiteres Merkmal ist, dass eine problematische Situation bzw. eine als problematisch empfundene Situation neu bewertet werden soll, uminterpretiert werden soll und besser oder anders verstanden werden soll. Es geht also nicht immer darum, die Situation selbst zu verändern, sondern den subjektiven Blick der ratsuchenden Person darauf. Mit diesen zwei verschiedenen wesentlichen Definitionen gehen auch bestimmte Prinzipien einher, insbesondere bei der Prozessberatung gegenüber der Expertenberatung in der Schule, damit sie ihre Aufgabe und auch Funktion erfüllen kann, wie das hier der Autor Grewe 2005 gut zusammenfasst. Das erste Prinzip ist die Freiwilligkeit. Der Ratsuchende oder die Ratsuchende entscheidet frei, ob er oder sie die Beratung in Anspruch nehmen will und wer ihn beraten soll. Auch die Fortsetzung der Beratung und die Umsetzung einer gefundenen Lösung liegen in der Entscheidung der ratsuchenden Person. Zweitens, es soll die Verantwortungsstruktur beachtet werden. Institutionalisierte Beratung, wie zum Beispiel in der Schule, muss immer beachten, wer wofür eigentlich verantwortlich ist. Die beratende Person muss möglichst früh im Prozess die unmittelbar beteiligten bzw. eigentlich zuständigen Personen einbeziehen. Damit sind nicht Dienstvorgesetzte, wie Schulleitung gemeint, sondern alle Lehrkräfte, die von der ratsuchenden Person subjektiv als involviert in einer wahrgenommenen Problemlage betrachtet werden. Das dritte Prinzip, das hier genannt wird, ist die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der beratenden Person. Die beratende Person soll die ratsuchende Person unterstützen, eine passende, individuelle Lösung zu finden. Dazu benötigt die beratende Person ein möglichst großes Maß an Unabhängigkeit in Bezug auf das Problem und die Lösung. Die ratgebende Person muss subjektive Befangenheit, Vorurteile und Interessenkonflikte regelmäßig reflektieren. Sie darf dabei weder abhängig sein von der eigenen Rolle, zum Beispiel als Schulleitung, noch von bestimmten Erwartungen und Aufträgen anderer beteiligter Personen, zum Beispiel anderer Kolleginnen und Kollegen oder der Eltern. Ein viertes Prinzip, das zu nennen ist, ist das Vertrauensverhältnis, das in der Beratung bestehen soll. Die Beratung, die geprägt ist durch Vertraulichkeit und Verschwiegenheit. Ratnehmende Personen können sich dem Berater nur dann öffnen, wenn sie sich sicher sein können, dass ihre Äußerungen vertraulich behandelt werden und dass nur auf ausdrückliche Erlaubnis der ratsuchenden Person Informationen weitergegeben werden können. Konflikte können dann entstehen, wenn dienstliche Abhängigkeitsverhältnisse bestehen, zum Beispiel mit Blick auf die Schulleitung. Ein weiteres Prinzip, das zu nennen ist, ist das Merkmal oder das Prinzip der Professionalität. Die beratende Person soll über fachliche und beraterische Kompetenzen verfügen. Das heißt zum Beispiel zum einen Fachwissen zu haben, das kann Schulrecht sein, aber zum Beispiel auch Fachwissen über Entwicklungstheorien, wenn es um das Beschreiben, Einschätzen, Beurteilen von Lernschwierigkeiten, zum Beispiel im Zusammenhang mit Sprachentwicklungsstörungen geht. Das sind fünf wesentliche Prinzipien, die die Beratung, auch die Struktur der Beratung charakterisieren. Schauen wir uns die Struktur und die Aufgabe der Beratung genauer an, von Beratungsprozessen genauer. Die Struktur einer Prozessberatung führt unabhängig von den genannten Definitionen zu einheitlichen Struktur- und Aufgabenmerkmalen. Eine Beratung soll eigentlich immer zielgerichtet sein. Es soll also kein Verweilen sein in der Vergangenheit, keine biografische Analyse, denn es ist keine Therapie wie eine Psychoanalyse. Zweitens, es besteht bei allen Beteiligten eine einvernehmliche oder subjektive Vorstellung darüber, wie sich der aktuelle Zustand, also die Problemlage, zum angestrebten Zustand die Problemlösung verhält. Die Wahrscheinlichkeit, mit der die Umsetzung der Problemlösung durch die vorhandenen Ressourcen, also die eigenen Fähigkeiten oder auch die Ressourcen im Kollegium, umgesetzt werden kann, soll dabei bewusst eingeschätzt werden. Damit kommen wir auch schon zu den Zielen und die Funktion der Beratung. Das Ziel von Beratungsprozessen besteht darin, der ratsuchenden Person zu helfen, das Problem und die möglichen Ursachen besser zu verstehen und durch eine Veränderung oder Erweiterung seiner Perspektive zu adäquaten Lösungsmöglichkeiten zu kommen. Es soll durch die Beratung das subjektive Sicherheitsgefühl gesteigert werden, der ratsuchenden Person, womit auch der Grad der Professionalisierung steigt. Das heißt, die Beratung soll auch helfen, dass die ratsuchende Person darauf vertrauen kann und zuversichtlich sein kann, richtig entscheiden zu können und richtig handeln zu können. Die Beratung trägt also dazu bei, Klarheit über eine Problemlage zu bekommen und auch die Bewältungsmöglichkeiten zu erkennen. Sie soll helfen, eine Art Vogelperspektive einzunehmen, um eigene Gewohnheiten, Vorurteile, Betriebsblindheiten, aber auch eigene persönliche Sorgen und Ängste und vor allem auch die damit verbundenen individuellen Beobachtungsschemata aufgrund von Biografie, Vorurteilen und so weiter, selbst zu beobachten, also sich selbst zu reflektieren. Sie dienen damit auch der Weiterentwicklung der Problemlösekompetenz. Vor allem im pädagogischen Bereich geht es bei der Beratung daher immer auch um Prävention. Die angewandten Lernprozesse bei den berateten Personen, in diesem Fall also der Lehrkräfte, wenn es zur Beratung in der Schule geht, sollen durch Beratung unterstützt werden, dass die neu erworbenen und veränderten Handlungsstrategien dann auch auf andere Situationen übertragbar sind. Das zentrale Ziel einer jeden Beratung ist also im weitesten Sinne immer Hilfe zur Selbsthilfe. Die ratsuchende Person soll also in die Lage versetzt werden, seine Probleme zu erkennen, anzuerkennen und auch selbst lösen zu können oder einen beruflichen oder emotionalen Entwicklungsschritt zu meistern und dazu auch die notwendigen Ressourcen zu erschließen, zum Beispiel Hilfe anzunehmen, vielleicht auch eine Fortbildung zu besuchen, neue Kooperationen einzugehen, zum Beispiel auch mit den Eltern oder mit außerschulischen Therapeutinnen und Therapeuten, die für die Schülerinnen und Schüler zuständig sind. Diese Ziele werden erreicht durch drei wesentliche Funktionen der Beratung, nämlich Information, Begleitung und Steuerung der ratgebenden Personen im Beratungsprozess. Mit Information soll dazu beigetragen werden, dass Ursachen, Bedingungen und Wirkungen eines empfundenen Problems besser verstanden werden können. Mit bereitgestellten Informationen, zum Beispiel über die Auswirkung von Sprachentwicklungsstörungen auf den Leserechtschreibprozess oder des Stotterns auf die subjektiven Schulerfahrungen eines Schülers, sollen die professionelle Wahrnehmung und Beurteilung einer Problemlage erweitert und bei der ratsuchenden Person soll ein Lernprozess angeregt werden. Wäre eine empfundene Problemlage, ohne diese bereitgestellten Informationen zu bewältigen, wäre die Beratung wahrscheinlich gar nicht erst zustande gekommen. Oder die subjektive Bewältigung der Problemlage der ratsuchenden Person würde zu einer neuen Problemlage mit anderen Beteiligten führen, zum Beispiel für den Schüler oder die Schülerin mit einer Sprachentwicklungsstörung oder den Städten der Jugendlichen. Die Aufgabe der Beratung besteht also nicht nur darin, eine neue Perspektive auf ein empfundenes Problem einzunehmen, sondern auch die daraus resultierenden Veränderungen in der Umgangsweise mit dem Problem umzusetzen, zum Beispiel durch eine veränderte Gesprächsführung im Unterricht oder Anpassung der Leistungserwartung und Anforderung einer Lehrkraft im Mitblick auf den Schüler oder die Schülerin. Die Konsequenzen des Ausgleiches dieses Informationsdefizites in der Beratung sollen durch die beratende Person dann behutsam begleitet werden, indem sich an den Ressourcen und Bedürfnissen der ratsuchenden Person orientiert wird, zum Beispiel wann, wo, wie und mit wem die ratsuchende Person denn eigentlich Veränderung umsetzen will und kann oder vielleicht auch nicht. Steuernd greift die beratende Person dann im Prozess der Begleitung ein, indem sie einzelne Schritte und Methoden im Beratungsgespräch, zum Beispiel durch bestimmte Fragetechniken, vorgibt, strukturiert und manchmal auch im Sinne der Expertenberatung inhaltlich durch spezifische Informationen gestaltet und auch steuert. Dies wird vor allem dann erforderlich, wenn die ratsuchende Person im Problemlöseprozess bestimmte Erkenntnisse vergisst, ausblendet, bestimmte Ressourcen wie Hilfen im System, im Kollegium oder Wissen, wie zum Beispiel aktuelle Forschungserkenntnisse, nicht berücksichtigt. Diese drei Aspekte, Information, Begleitung, Steuerung, die müssen in einem ausgewogenen Verhältnis, im Beratungsprozess vorhanden sein. Eine einseitige Übergewichtung führt dann oder kann dann zu Manipulationen oder Fehlformen oder Missbrauch der Beratung führen, die von Ratsuchenden dann als Belehrung empfunden werden oder übergriffige Beeinflussung verstanden werden können. Die Gewichtung dieser drei Funktionen, Information, Begleitung, Steuerung, kann aber je nach Beratungsgegenstand unterschiedlich akzentuiert sein. Eine Schullaufbahnentscheidung oder die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs wird eher durch das Bereitstellen und Diskutieren von Informationen, Fakten und diagnostischen Daten begleitet. Gefühle der Überforderung einer Lehrkraft in der Begegnung mit Schülerinnen und Schülern mit Behinderung werden eher durch Unterstützung begleitet und die Wahrnehmung einer Lehrkraft von nicht erfüllten Leistungserwartungen an sich selbst durch eine behutsame Steuerung durch die ratgebende Person reguliert. Sind diese drei Funktionen je nach Beratungsgegenstand angemessen ausgehoben, wie das die Grafik hier in diesem gleichschenkligen Dreieck zeigt, dann wird die Beratung auch ihrer Aufgabe gerecht, vorbeugend, präventiv für künftige Problemsituationen zu sein, die die ratsuchende Person, sodass die ratsuchende Person dann Problemlösestrategien selbstständig in neuen Problemlagen anwenden kann, auch erkennen kann, wann welche Problemlösestrategien erforderlich sind. Beratung hat damit immer auch eine pädagogische Funktion, also im weitesten Sinne einer erwachsenenbildnerischen Funktion. Schauen wir uns die Beratung genauer an im Kontext Schule und wie sich diese Prinzipien, Merkmale, Strukturen und Aufgaben hier verändern. Beratung hat also im Grunde, wie wir gerade sagten, immer auch eine verborgene pädagogische Aufgabe. Pädagogische Maßnahmen für pädagogische Fachkräfte anzubieten, das klingt erstmal nach Konfliktpotenzial. In das Berufsbild der Lehrkräfte, das durch Wissensvorsprung ja ausgezeichnet ist und gekennzeichnet ist durch das Recht qua Autorität auf eine relative Fremdbestimmung, passt erstmal keine kollegiale Situation, in der eine Lehrkraft in eine Expertenberatung an eine andere Lehrkraft in einer Art subtilen pädagogischen Methode nahe zu bringen, versucht, wie sie ihre eigene pädagogische Praxis verbessern soll. Das wirkt Konflikt, Rivalität, Probleme. Erfolgreiche Beratung, also kollegiale Prozessberatung, setzt daher auch immer eine bestimmte Form der Kooperation voraus. Zu dieser Form der Kooperation, den unterschiedlichen Formen der Kooperation, gibt es eine separate E-Lecture. Der Beratungsbedarf an und von Schulen nimmt aber zu und differenziert sich immer weiter in vielen Bereichen aus, zum Beispiel in der Arbeit mit mehrsprachigen Kindern, mit Blick auf Inklusion oder Digitalisierung. Der Beratungsbedarf liegt dann nicht nur bei der einzelnen Lehrkraft und ihrem Unterricht, sondern bei ganzen Schulen. Schulen werden dann auch zu einer Bildungsinstitution, oder Schulen müssen dann als Bildungsinstitution verstanden werden, als komplexe Organisationen wie Betriebe, für die andere Formen der Beratung erforderlich sind. Als Bildungsinstitution muss Schule sich den veränderten gesellschaftlichen Anforderungen und auch der Arbeitswelt anpassen und diesen Anforderungen gerecht werden. Jugendliche sollen qualifizierter, eigenständiger und flexibler werden. Gleichzeitig steigt aber auch die Unsicherheit, welchen Stellenwert ihrer Qualifizierung in einer sich immer schneller verändernden Gesellschaft eigentlich noch besitzt. Als Organisation kann Schule mit den veränderten Anforderungen eigentlich kaum noch Schritt halten, wie wir das in den letzten zwei, drei Jahren auch beobachten konnten. Die Anforderungen der Digitalisierung für Distanzlernformate während der Corona-Pandemie, die haben das sehr anschaulich gezeigt. Auch makropolitische Strategien erlasse, makroschulpolitische, bildungspolitische Strategien führen eigentlich in der Wahrnehmung von Lehrkräften aus der Perspektive des Klassenraums und aus der Schule heraus selten zu direkten, wahrnehmbaren Resultaten. Bildungs- und schulpolitische Beschlüsse und Erlasse eines Ministeriums oder des Ministeriums unter Schulbehörden wie der Bildungsdirektion führen unmittelbar in den Schulen eigentlich immer häufiger zu kaum spürbaren Effekten oder zu gar keinen Effekten. Weil andere Bedingungen dort herrschen, mit Blick auf Personal, Geld oder auch Rückhalt in Kollegien, Teams oder der Schulleitung, die die Umsetzung behindern oder unmöglich machen und häufig auch durch individuelle Bedürfnisse an den einzelnen Schulen, denen diese Erlasse dann eigentlich kaum gerecht werden. Wir haben es immer mit Einzelschulen zu tun. Als Reaktion auf diese relative Unwirksamkeit in diesen Top-Down-Prozessen, also von oben nach unten durch Erlasse und Anordnungen, haben Schulen mehr Autonomie erhalten und mehr eigenverantwortliche Entscheidungsspielräume bekommen, um dies zu ändern. Um eben Veränderung und Optimierung in der Mikrostruktur der Organisation Schule durch sogenannte Bottom-Up-Prozesse, also von unten nach oben, zu ergänzen. Durch die Vergrößerung dieser Handlungsmöglichkeiten jeder einzelnen Lehrkraft und auch der Schulleitung steigt damit aber auch der Beratungsbedarf für das pädagogische Personal selbst. Wenn der professionelle Entscheidungsspielraum also nicht mehr durch Instruktion von oben, Top-Down, auf ein Minimum an Alternativen zur Exekution reduziert wird, sondern durch Autonomie multipliziert wird, erweitert wird, müssen diese vermehrten und vergrößerten Handlungsspielräume und Handlungsalternativen auch reflektiert und genau vorsichtig abgewogen werden. Eine Beratung kann dann nicht mehr als Expertenberatung, als Ratschlag von oben durch Inspektoren oder Dienstvorgesetzte ausfallen, sondern muss sich kollegial und kooperativ als Prozessberatung im Team gestalten. Dies setzt Zeit voraus, Freiheit, also interne Autonomie und Rückhalt im Team, für die eine Schulleitung eigentlich sorgen muss. Aber noch einmal, es ist wichtig zu unterscheiden zwischen den Beratungsangeboten für Schülerinnen und Schüler durch Lehrkräfte, zum Beispiel als Schullaufbahnberatung bei Lernproblemen, und der kollegialen Beratung der Lehrkräfte untereinander als sogenannte Intervision, also keine Supervision als Expertenberatung von Experten und Experten von außen. Daneben kann aber die kollegiale Beratung auch mehr den Charakter einer Expertenberatung haben, wenn sie zum Beispiel durch Sonderpädagogen und Sonderpädagogen für Fachlehrkräfte angeboten wird und diese sonderpädagogisch, inklusionspädagogisch qualifizierten Lehrkräfte dann einen Wissensvorsprung haben, zum Beispiel hinsichtlich der Erkenntnisse über Ursachen, Erscheinungsformen und Auswirkungen von Sprach-, Lern- und Verhaltensproblemen auf die Schulentwicklung. Die schulische Beratung für Schülerinnen und Schüler hat im Wesentlichen drei Funktionen. Das ist einmal die erzieherische, die reflexive und die Fürsorgefunktion. Die erzieherische Funktion, da geht es darum, den Schülerinnen und Schülern in ihrer persönlichen, emotionalen und sozialen Entwicklung innerhalb der Schule zu begleiten und zu unterstützen. Die Beratung kann zum Beispiel im Rahmen von Elterngesprächen und Elternberatung auch den schulischen Kontext verlassen, wenn Eltern es zulassen, auch häusliche Themen zu besprechen, die als relevant für die schulische Leistungsentwicklung erachtet werden. Die reflexive Funktion dient dazu, den Schülerinnen und Schülern zu helfen, das Gefühl der sozialen Integration, das Integriertsein in der Lerngruppe zu reflektieren und hilft der Lehrkräfte zu analysieren, welche Beziehungen, Prozesse und Ereignisse im Klassenzimmer die Situation und die Entwicklung einzelner Schülerinnen und Schülern, aber auch der gesamten Lerngemeinschaft, also auch inklusive der Lehrkräfte beeinflussen. Und dies führt direkt zur Funktion der Fürsorge, der Beratung der Schülerinnen und Schüler und der gesamten Lerngemeinschaft im Klassenzimmer. Als Verantwortliche und Repräsentanz des öffentlichen Schulsystems hat die Lehrkraft auch dafür Sorge zu tragen, dass die Schülerinnen und Schüler keinen Entwicklungsrisiken ausgesetzt sind, zum Beispiel durch Überforderung, durch unangemessene Leistungserwartung, Bullying-Prozesse zwischen den Schülerinnen und Schülern oder auch kritische Lebensereignisse im privaten Bereich, die die schulische Lernentwicklung gefährden können. Ein Blick auf die Funktion der schulischen Beratung für Schülerinnen und Schüler zeigt aber auch ganz schnell, wie der gesamte Kontext der Organisation Schule eingebunden werden muss, dass die schulische Beratung für Schülerinnen und Schüler in den Kontext der Organisation Schule eingebettet ist. Beratende Lehrkräfte müssen sich mit Kolleginnen und Kollegen absprechen, die müssen gegebenenfalls um Genehmigung oder Zustimmung fragen bei der Schulleitung oder auch Eltern einbinden. Dann kann es schnell zu einem Beratungsbedarf kommen bei der beratenden Lehrkraft selbst. Kollegiale Fallberatung zwischen den Lehrkräften werden dann nötig, um zum Beispiel Lösungen für Probleme im Unterricht mit Eltern oder auch mit anderen Kollegen zu finden. Eine, wie der Schulforscher und Pädagoge Herbert Gutjons das 2005 formulierte, eine beraterische Einstellung sollte damit zum beruflichen Alltag aller Lehrkräfte gehören, sollte eine Art Berufsethos, ein Selbstverständnis, berufliches Selbstverständnis sein, um zu sorgen für eine partnerschaftliche Haltung der Offenheit in der Schule, um zu zeigen, das Interesse an den anderen und am Schulklima, an den Lernerfolgen der Schülerinnen und Schüler und am gemeinsamen Wohlbefinden in der Schulgemeinschaft für alle. Die Beratung ist damit Teil auch eines präventiven Schulmanagements, das wiederum Aufgabe der Schulleitung ist und von dieser auch gefördert werden sollte. Die Organisation Schule, so wie die meisten sie kennen, ist in erster Linie keine Beratungseinrichtung, sondern ihre Aufgabe besteht darin, Schülerinnen und Schüler lernen in bestimmten Gegenstandsbereichen zu ermöglichen, diesen Lernprozess aber auch formal zu überprüfen und zu zertifizieren und ihre persönliche Entwicklung zu begleiten. Wenn in der Schule beraten wird, dann hat dies mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler weniger zum Ziel, die Schülerinnen und Schüler dazu zu bewegen, selbstbestimmt und frei zu entscheiden, ob und was sie wann und wie lernen wollen, sondern eher sie dazu zu bewegen, zu lernen, was sie lernen sollen. Auch ist die Schule keine Fortbildungseinrichtung. Das heißt, kooperative Beratung zwischen Kolleginnen und Kollegen dient dann auch nicht in erster Linie dazu, im Rahmen von zum Beispiel Expertenberatung, Lehrkräfte zur Aneignung spezifischer Qualifikationen zu bewegen, sondern durch Prävention und Intervention den Lehrkräften zu helfen, Unterricht so zu gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler ohne Probleme und Hindernisse lernen können, was sie lernen sollen und dass Problemsituationen nicht eskalieren, im Sinne von Prävention. Die schulische Beratung. Die Beratung innerhalb der Schule ist dadurch auch durch bestimmte Merkmale gekennzeichnet, die sich unterscheidet von der professionellen Beratung in anderen Einrichtungen und Kontexten, wie zum Beispiel psychologische oder medizinische Beratungsstellen. Erstens sind die Lehrkräfte meistens eigentlich nicht vollprofessionelle, semiprofessionelle Berater und Beraterinnen. Es ist sozusagen eine paraprofessionelle Tätigkeit, eine semiprofessionelle Tätigkeit neben, also para der eigentlichen beruflichen professionellen Tätigkeit, nämlich dem Unterricht. Lehrkräfte beraten professionell im Sinne der erläuterten Formalisierungsgrade. Sie sind in einem halbformalisierten Beratungssetting tätig. Das bedeutet, Beratung gehört zu ihren Aufgaben. Sie sind aber keine ausgebildeten Beraterinnen und Berater. Lehrkräfte sind diesbezüglich der Inhalte der Beratung, zum Beispiel Lernberatung, Schulaufbahn oder Umgang mit Störung Profis, häufig, allerdings im Hinblick auf die Gestaltung von Beratungssituationen, also Gesprächs- und Moderationstechniken, nur ansatzweise geschult. Das zweite Merkmal sagt, dass die Beraterinnen und Berater in der Schule häufig Teil des Systems eigentlich sind, also des Kontextes, des Milieus Schule. Sie schauen also nicht von außen oder von oben im Sinne der Supervision, sondern von innen auf eine Binnenperspektive, einer Intervision auf das Problem. Fast alle Personen, die überwiegend in der Schule beraten, also Lehrkräfte, Schulleitungen, Schulsozialarbeiter, Beratungslehrer, sind Teil des Systems Einzelschule. Auch Schulpsychologen, pädagogische Berater oder Evaluatoren sind Teil des Schulsystems. Dies bringt den Vorteil, dass die beratenden Personen den Kontext und eventuell doch das Problem kennen und eine Verständigung leicht ermöglicht wird. Vor allem, wenn Lehrkräfte oder Schulleitungen beraten, können aus der Systemzugehörigkeit auch Probleme entstehen. Von den eigenen Erfahrungen und Einstellungen zu abstrahieren, ist eine sehr anspruchsvolle und schwierige Aufgabe. Eine professionelle Beratung bedarf daher immer auch einer Distanz des Beraters zum Problem. Ein drittes Merkmal ist, dass die Themen der Beratung ebenfalls aus dem System stammen. Das heißt, die beratende Personen können sogar Teil des Problems sein. Im Zusammenhang damit, dass die an der Beratung beteiligten, also häufig alle Mitglieder des Systems sind, stammen auch die Themen aus der Beratung aus diesem System Schul. Lehrkräfte beraten sich untereinander, wie mit einer unruhigen Klasse umzugehen ist. Schülerinnen und Schüler werden beraten, wie sie sich effektiv auf Klassenarbeiten vorbereiten können. Die Schulleitung berät eine Lehrkraft, wie er oder sie behutsam mit anspruchsvollen Eltern umgehen kann usw. Auch hier gilt, dass die Systemverwandtschaft, die Vernetztheit, die Eingewobenheit in das Milieu Schule, auf der einen Seite einen positiven Effekt haben kann, da die Berater und Beraterinnen mit Problemen vertraut sind. Auf der anderen Seite kann es auch einen negativen Effekt haben, da keine Distanz zum Thema eingenommen werden kann. Das vierte Merkmal ist das Merkmal der Freiwilligkeit, eine Freiwilligkeit als sehr wichtiges Element von Beratung. Auch die ist im System Schule nur teilweise gegeben, zum Beispiel durch dienstliche Abhängigkeiten oder formale oder verdeckte Hierarchien innerhalb des Kollegiums. Während prinzipiell in der Beratungstheorie davon ausgegangen wird, dass Beratung freiwillig erfolgen muss, ist diese Freiwilligkeit in der Schule also nicht immer gegeben. Vor allem, wenn der Schüler oder die Schülerin zum Gespräch gebeten wird von der Lehrkraft, wenn Eltern in die Schule eingestellt werden oder wenn eine Lehrkraft einen beratenden Unterrichtsbesuch durch die Schulkraft erhält. Dann werden diese Beratungssituationen eher als Zwang erlebt und keinesfalls als freiwillig wahrzunehmendes Beratungsangebot ist. Bedarf dann einiges an beraterischem Geschick und Fingerspitzengefühl und an Situationsklärung diese einseitige Situation mit Blick auf diese Hierarchien aufzulösen und ein grundsätzliches Einverständnis aller Beteiligten in der Beratungssituation herzustellen. Das fünfte Merkmal sind die Verantwortlichkeiten, die Zuständigkeiten, die in vielen Fällen im Kontext Schule eigentlich nicht immer klar sind, da jeder in der kollegialen Beratung zum Berater werden kann oder zur Beraterin. Es gibt keine Person im Kollegium, die nur berät und sonst für nichts anderes verantwortlich ist. Beratung kann in der Schule angeordnet werden. Dann stellen in besonderem Maße Hierarchien ein Problem dar. Lehrkräfte empfinden Ratschläge der Schulleitung als Anordnung. Schülerinnen und Schüler fürchten Sanktionen, wenn sie die Vorschläge der Lehrkraft nicht umsetzen. Viele Abhängigkeiten erschweren partnerschaftliche Settings in der Schule. Auch wenn die beratenden Personen versuchen, im Beratungsgespräch eine symmetrische Beziehung herzustellen und Hierarchien außen vorzulassen, beeinflussen diese verdeckten oder offenen Hierarchien die Strukturen im Beratungsprozess eigentlich subtil immer. Das sechste Merkmal ist das Merkmal der Zeit in der Beratung und der zeitliche Rahmen, der ist in der Schule meist beschränkt durch andere dienstliche Verpflichtungen, im Wesentlichen eben das Unterrichten. Beratungen finden während des Unterrichts statt, in den Pausen, an Elternsprechabenden oder nach Unterrichtsschluss. Und wenn Zeitdruck besteht, belastet dies die Beratungsstation. Eingeschränkte Analysen des Problems und forschende Lösungen können dann die Folge sein. Kommen wir zum siebten Merkmal. Da es innerhalb eines Lehrkräfteteams kaum Hierarchien durch Qualifikationsgrade gibt, sondern formale Diensthierarchien eigentlich nur, und sich Lehrkräfte in einem homogenen Lehrkörper wiederfinden sollen, kann es interne, verdeckte Rollenkonflikte geben, da der Wunsch bestehen kann, sich durch Individualisierung und spezielle Qualifikationen, die während des Studiums oder durch Fortbildung angeeignet wurden, zu profilieren, da diese Qualifizierungs- und Profilierungsmerkmale dienstrechtlich kaum vorgesehen sind. Das achte Merkmal ist, dass Zielsetzungen der Beteiligten sehr unterschiedlich ausfallen können, da Lehrkräfte für verschiedene Unterrichtsfächer zuständig sind und auch unterschiedliche Dienstpflichten und unterschiedliche Dienstzeiten haben. Auch wenn die Lehrkraft sich über ihre Ziele im Klaren ist, können in Beratungsgesprächen unterschiedliche Ziele und damit auch Zielkonflikte auftreten. Schülerinnen und Schüler haben eigentlich häufig das primäre Ziel, möglichst ungeschoren aus dem Gespräch herauszukommen. Eltern möchten vielleicht eher ihre Sorgen und ihren Frust auf die Schule abladen, als sich konstruktiv und vielleicht auch selbstkritisch nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Werden Erwartungen und Zielsetzungen dann nicht offengelegt und geklärt, kann eine Befriedigung der Beratung eigentlich nicht erfolgen. Hier sind acht wesentliche Merkmale der Beratung in der Schule und des beraterischen Handels in der Schule. Und die zeigen deutlich auf, wie Beratung in die institutionellen Bedingungen des Organisationssystems Schule eingebettet ist, eingeflochten ist, Lehrkräfte, deren Aufgabe nicht primär Beratung ist, wie dies zum Beispiel von Sonderpädagogen oder Sonderpädagogen erwartet wird, sondern eben der Fachunterricht, die Fachunterrichtskräfte, die sich aber dann dennoch in Beratungsituationen wiederfinden, können dann schnell in Rollenkonflikte geraten. Es können sehr schnell Unklarheiten auftreten, auch in Bezug auf das Professionsverständnis, also auf die Frage, was ist denn jetzt eigentlich mein Job, soll ich beraten, so soll ich gut unterrichten. Sie können dann manchmal dienstrechtlich die institutionellen Vorgaben nicht überwinden, manchmal wollen sie es auch nicht und geraten dann mit den beraterischen Elementen, die wir kennengelernt haben, in den Konflikt. Am Thema Beratung zeigt sich, wie an vielen anderen Stellen im Schulalltag die Widersprüchlichkeit des Systems Schule an sich eigentlich aussieht. Diese Widersprüchlichkeiten, die müssen behutsam in Beratungssituationen anerkannt, akzeptiert und besprochen werden. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich mit Ihnen auf die nächste E-Lecture. Wiedersehen, Servus und Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020